Wo der Bauer schafft den lieben langen Tag, wo der Förster in den dunklen Wäldern jagt, wo der Fischer fischt mit seiner starken Hand, da ist meine Heimat Mecklenburger Land. Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Was für ein schöner Tag. Der 1. Mai 2024. Hervorragendes Wetter und dann noch diese schönen Erlebnisse. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Das Gefühl hatte ich gestern nach langer Zeit mal wieder. Es war sehr, sehr schön. Einen Tag zuvor hatten wir überlegt, was könnten wir am 1. Mai anstellen. Ansonsten waren wir immer auf dem Franzosenweg in Schwerin. Und wir hatten uns überlegt, fahren wir doch mal nach Warnemünde, Rostock-Warnemünde. Und es war genau die richtige Entscheidung. In Warnemünde angekommen. Die 1. S-Bahn fiel aus, die nach Warnemünde von Rostock fährt, weil es waren Gleisarbeiten erforderlich. So wurde es durchgesagt von der Deutschen Reisbahn. Ja, dann mussten wir auf den nächsten Zug warten. Aber das hat ganz gut geklappt. Wir kamen dann zwar ein bisschen später an. Aber dann, als wir da waren, wie gesagt, bestes Wetter, tolle Stimmung, viele Menschen unterwegs. Der Strand war voll und direkt am Teepot in Warnemünde, daneben ist auch gleich der Leuchtturm, waren viele schöne Veranstaltungen, ein Chor, der gesungen hat. Wir haben ihn eingangs kurz gehört. Dann war ein Drehorgelorchester aus Schwerin vor Ort und noch viele weitere Dinge. Es gab da auch Freibier, die Rostocker Brauerei hatte gerufen und wir haben eine Weile dieser Musik gelauscht. Unterwegs waren dann auch Bläser. Vielleicht werde ich die nachher mal kurz einspielen. Ich hatte sie aufgezeichnet. Wir sind dann von dem Teepot, von dem Leuchtturm in Warnemünde Richtung Neptunhotel gegangen. Sehr viele Ankommende haben wir festgestellt. Leute, die in Warnemünde Urlaub machen. Wir haben uns dann allerdings auch mal die Preise angesehen und wir waren geschockt, als wir gesehen haben, dass es erst losgeht bei 200 Euro für eine Übernachtung. Und das geht dann rauf, so bis um die 400 oder kurz drüber, mein lieber Mann. Da muss man schon ein gutes, gut gefülltes Bankkonto haben oder gut gefülltes Portemonnaie. Ja, ein bisschen Labervideo heute. Das ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Darauf möchte ich auch nochmal kurz eingehen. Für Habeck gibt es ja oder vielleicht für die Grünen insgesamt kein Volk und auch kein Verrat am deutschen Volk. Für mich gibt es schon eine Heimat und für mich gibt es auch ein deutsches Volk. Meine Eltern sind nicht aus Schwerin ursprünglich gewesen. Beide leben sie nicht mehr, sie sind schon einige Jahre tot. Mein Vater starb an einem Herzinfarkt mit bereits 59 Jahren, also sehr, sehr früh. Und er ist im Saarland geboren, in Schiffweiler an der Saar, in der Nähe von Saarbrücken. Ich habe, als wir dann endlich mal reisen durften, natürlich seine Heimatstadt besucht oder seinen Heimatort. Das ist ein kleinerer Ort im Saarland. Wir sind dann auch mal über die französische Grenze gefahren. Das ist alles dicht dabei. Nach Luxemburg eine sehr schöne Ecke, kann man sich auch gerne mal ansehen. Also mein Vater ist direkt nicht aus Schwerin, aus Mecklenburg. Meine Mutter auch nicht. Sie ist Flüchtling gewesen, aus Ostpreußen nach Schwerin geflüchtet mit einem Pferdewagen. Ihr mageres Hab und Gut hatten sie, vor allem Kleidung, Decken auf diesem Pferdewagen mitgenommen. Der Vater von meiner Mutter war auch schon verstorben an Diphterie im Krieg. Ja, und so haben sie sich dann in Schwerin kennengelernt und daraus sind dann vier Kinder entstanden. Eine davon bin ich. Ja, und natürlich fühle ich mich, weil ich in Schwerin geboren bin, in Schwerin beheimate. Das ist meine Heimatstadt und ich bin einige Zeit vor der Wende durch eine Besuchsreise, durch eine Möglichkeit, die ich bekommen hatte, nach Hamburg gekommen. Und bin dann, nachdem ich dreimal da war, mir das angesehen hatte, in Hamburg geblieben, weil ich wollte, dass ich in Freiheit leben kann. Das war für mich das oberste Ziel, dass das jetzt vollkommen anders gekommen ist. Ich fühle mich in der DDR 2.0 angekommen, leider zu meinem großen Bedauern, dass das jetzt so gekommen ist. Das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das ändern können und wir müssen es ändern und wir werden es ändern. Und solange ich kann, werde ich mich dazu einbringen, auch wenn ich in meinem Alter, ich bin im Rentenalter, sagen könnte, was geht es mich an? Ich habe mit all dem nichts zu tun. In diesem Zusammenhang möchte ich mal auf eine Begebenheit, eine Begegnung zu sprechen kommen, die ich einen Tag vorher hatte, also am 30. April. Da war ich in der Stadt in Schwerin unterwegs und habe mir in der Mecklenburgstraße, das ist so im Zentrum gelegen, die Mecklenburgstraße, die stößt dann direkt auf den Schweriner Pfaffenteich, eine sehr schöne Ecke. Und da habe ich mir dann mal eine Auslage in einem Geschäft angesehen und wer lief mir da über den Weg? Eine alte Bekannte. Ich bin mit meiner Frau jetzt sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden, seit über 30 Jahren verheiratet und davor hatte man ja auch Beziehungen. Und das ist eine solche Beziehung, das ist auch gewesen, kann ich dazu sagen, die Ex-Freundin von meiner Frau. Also, als ich da so mir die Auslagen ansah, sagte gerade jemand, hallo Reinhard, also sie hatte mich dann angesprochen und wie geht's, wie steht's. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, haben nicht über die alten Zeiten geredet, darüber brauchen wir nicht reden. Wir kamen zu sprechen auf das, was gegenwärtig ist. Und da kamen wir auf gewisse politische Themen auch zu sprechen und ein ganz großes Thema war dann die Corona-Politik der Bundesregierung. Und sie hatte dann die Meinung vertreten, dass viele Menschen durch diese Spritze gerettet worden waren. Da habe ich sie gefragt, wie sie darauf überhaupt kommt. Ich war so ein bisschen entsetzt, ich konnte das gar nicht glauben, dass sie so etwas erzählt. Und dann sagte sie, ja, ich würde regelmäßig, fast jeden Abend, ich habe nur zwei Programme, ARD und ZDF, ich würde jeden Abend die Tagesschau sehen und ich wäre gut informiert. Und da fiel ich natürlich aus allen Wolken, sie sagte dann noch, ja, technisch ginge das wohl nicht und da ist irgendwie ein Baum davor, mit Satellit konnte sie eben oder terrestrisch oder wie auch immer sie diese beiden Programme empfängt. Sie sagte, RTL und Sat.1 und was es alles noch so gibt, das geht eben nicht. Da habe ich gesagt, nein, da verpasst du auch nicht viel oder gar nichts, denn diese Sender sind genauso geschaltet wie ARD und ZDF. Die gehören ja alle zum Mainstream und dann habe ich ihr klar gemacht, dass viele Menschen durch die Spritze sehr schwere Nebenwirkungen bekommen haben. Dann habe ich ihr gesagt, es sind auch einige verstorben daran und dass diese ganze Corona-Politik aufgearbeitet werden muss. Dann habe ich berichtet darüber, dass meine Tochter in Berlin gegen die Maßnahmen demonstriert hatte, dass sie eingekesselt wurde, dass die Personalien festgestellt wurden, dass man mit Schlagstöcken auf einige Leute losgegangen ist, dass mit Wasserwerfern auf die Leute gerichtet losgegangen ist und dass auch Milliarden vernichtet wurden an Steuergeldern für eine Maßnahme, die nicht erforderlich war. Dass es sich im Prinzip nur um eine Grippe handelte, nicht mehr und nicht weniger. Das geht ja auch aus diesen geschwärzten RKI-Protokollen hervor. Das, was lesbar, sichtbar ist, belegt das auch eindeutig. Und man wollte, man hat Panik geschürt, Angst und Panik und durch Angst und Panik hat man viele Leute in die Spritze getrieben. Das habe ich ja alles so gesagt und konntest du nicht glauben. Dann hat sie mir ihr Handy gezeigt, ja, ich habe eine Freundin und die schickt mir da laufend was. Das tue ich mir aber nicht an, das lese ich erst gar nicht und dass Lauterbach, das Spahn zur Verantwortung gezogen werden müssten. Nicht nur, dass sie abgesetzt werden müssten, sondern, ja, sie gehören eingesperrt und solche Dinge bekommt sie dann zugeschickt. Aber sie liest es sich gar nicht durch. Das ist das eine. Dann das andere. Wir kamen dann auch darauf zu sprechen, was in der Ukraine los ist. Und sie meinte dann auch, wie schlimm, wie böse doch Putin wäre und der würde da Krieg machen. Ich habe gesagt, ja, sicher macht der Krieg und der Krieg ist zu verurteilen. Dazu stehe ich auch. Aber ich habe dann auch gesagt, was da im Vorfeld so los war. Das ging ja los eigentlich schon vorher, aber spätestens als dieser Aufstand auf dem Maidan war und dass man Nazis in der Ukraine hatte und die Nazis, die hatten natürlich die russischstämmigen vernichten wollen, vertreiben wollen oder auch ermordet und all solche Geschichten. Und dass Putin auch Hilferufe bekam und dass er aufgrund dessen dann dort einmarschiert ist. Das ist nicht gut. Man muss immer versuchen, auf diplomatischem Wege das zu lösen. Aber es war schon ziemlich dramatisch. Und viele andere Faktoren spielten auch eine Rolle. Das wollte sie mir alles nicht so abnehmen. Und als ich dann fragte, hast du mal, was gehört von dem Maidan-Aufstand? Ja, habe ich gehört, aber so konkret wurde es dann doch nicht. Ja, und der Hammer kam dann, als wir irgendwie auf Demos zu sprechen kamen. Und da hatte sie dann gefragt, ob wir auch auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Schwering gewesen wären oder auch anderswo waren wir. Habe ich gesagt, ja und regelmäßig. Ja, konnte sie gar nicht glauben, dass man da hingeht. Sie sagt, ich gehe jetzt auch auf eine Demo. Und dann habe ich gefragt, was für eine Demo? Eine Demo gegen rechts? Ja, das ist eine Demo gegen rechts. Und da fiel natürlich mein Unterkiefer runter. Und mir war klar, dass ARD und ZDF gut gearbeitet haben. Sie haben es geschafft, die Leute so zu verdummen. Sodass sie, wenn man sich nur diese Medien ansieht, sodass man glauben könnte, die Welt wäre in bester Ordnung. Und sie hatte sogar gelobt, muss ich mal sagen, einige, was heißt einige, eigentlich alle Politiker der Bundesregierung. Die haben wir, sind wir da auch noch kurz durchgegangen. Ich wollte nicht sagen, die haben wir durchgekaut. Aber sie kam dann auch auf Baerbock zu sprechen und hat Baerbock bewundert, was sie doch alles leistet. Und hat sie nicht zwei Kinder, hat sie mich gefragt. Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Das ist mir vollkommen egal. Aber was sie doch alles so leisten würde. Sie reist durch die ganze Welt. Wie ich jetzt gehört habe, ist sie auch wieder unterwegs nach Australien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mal ganz kurz nebenbei was gehört. Und natürlich hat sie dann auch immer ihre Visagisten oder Fotografen mit oder ihren Fotografen. Und der muss sie dann ordentlich stylen bzw. den Fotograf gut ablichten, wenn sie dann wieder am Strand barfuß unterwegs ist, um ihre Botschaft nach Deutschland zu senden, dass sie sich doch um alles kümmert. Und dann habe ich erst mal klargemacht, was das für eine Frau ist, welche Vergangenheit sie hat und welche Qualifikationen, die auch zum Teil bis heute nicht offengelegt worden sind. Und dass sie dann irgendwelche Dinge raushaut, mit 360 Grad muss sie sich Putin drehen und Big of Hope und der Speck der Hoffnung. Und ja, ja, diese ganzen Geschichten, die sind ja allgemein bekannt, dass sie kaum drei Worte geradeaus ohne Fehler sprechen kann. All diese Dinge haben wir besprochen, dann auch Habeck und da ging es natürlich dann auch, was Habeck alles so. Ich muss sagen, auf dem Kehrpol Satzi hatte das natürlich vollkommen anders gesehen und der leistet auch so viel für unser Land und Klima. Ich habe gesagt, glaubst du denn, dass das Klima menschengemacht ist? Und ja, natürlich und bedingt und wir können das Klima beeinflussen. Ich habe gesagt, Klimawandel gab es schon immer und der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Wenn es mal wärmer wird, dann wird es irgendwann auch wieder kühler und jetzt brauchen wir das im Einzelnen nicht zu analysieren. Das ist ja mit gewissen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, zusammenhängt. Und sie meinte, man müsse alles für den Klimaschutz tun und sie hat auch Photovoltaik auf ihrem Dach. Und ja, gut, ich habe gesagt, das wird sich in deinem Leben nicht mehr amortisieren. Da hat sie mir recht gegeben. Ja, das sind die Dinge, die man dann zu hören bekommt. Und sie hat sich dann, nachdem ich konkret auch über Qualifikationen der Grünen ja einiges erzählt hatte, Omid Nori Pua acht Jahre studiert ohne Abschluss, Rikarda Lang sieben Jahre studiert ohne Abschluss und dann wurde ihr das wohl alles zu viel. Dann hat sie sich ganz schnell verabschiedet. Und ökologisch war sie, muss ich sagen, schon immer unterwegs. Sie hatte auch schon früher, vor über 30 Jahren immer Rad gefahren, diesmal auch mit dem Rad unterwegs gewesen. Also sie tut da schon etwas für den Klimaschutz. Aber ja, dass die Industrie kaputt gemacht wird, durch diese Regierung kaputt gemacht wurde, kann ich ja schon sagen. Betriebe wandern ab, beziehungsweise gehen in die Insolvenz. Insolvenz und Habeck weiß ja auch nicht, was das ist. Ja, das wurde ihr dann wohl alles zu viel. Es war so ganz nett, sich mal zu sehen und sich zu unterhalten. Aber ich war doch sehr erschüttert, wie die Medien es geschafft haben, Leute zu manipulieren, die sich keine anderen freien Medien, keine anderen Quellen ansehen. Und ihr, die hier auf meinem Kanal seid, wisst, dass ich versuche aufzuklären und dass ihr hier Dinge erfahren werdet oder auch schon erfahren habt, die ihr in ARD und ZDF nicht zu hören bekommt. Ich wünsche euch allen einen hervorragenden 2. Mai. Die Sonne scheint. Ich werde mal wieder losziehen. Ich muss sagen, als ich sie getroffen hatte, das vielleicht noch nebenbei, hatte ich ein Mikrofon dabei und mein Smartphone als Kamera und habe einige Leute angesprochen. In der Mecklenburgstraße wollte sie interviewen zu dem Thema, dass die Grünen das das Ministerium von Habeck gefälscht hat. Die Expertisen der Experten und keiner, als ich das Thema angesprochen hatte, vorher ja, da waren sie bereit. Und dann habe ich meine Frage gestellt zu den Fälschungen im Habeck-Ministerium. Und dann haben sie sich weggedreht und auf und davon. Ich könnte da nur Ausschnitte zeigen, aber das bringt ja nichts. Das könnt ihr mir schon abnehmen. Ich habe keinen gefunden, der bereit war, darüber zu sprechen. Einfach, ja, schlimm. Die Leute haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Wir haben in Deutschland, muss ich sagen, keine Meinungsfreiheit mehr. Wer seine Meinung sagt, wer noch irgendwo in Arbeit ist, muss Angst haben, davor seine Arbeit zu verlieren. Es könnte sein, dass wenn der Arbeitgeber davon Kenntnis erhält, wenn er kritisch sich geäußert hat zur Politik der Bundesregierung, dass er dann seinen Posten los ist oder wenn er kritisch sich äußert auf irgendwelchen Portalen, dass ihnen das Konto gekündigt wird und vieles, vieles mehr. Gut, das Wetter ist schön. Ich will raus. Dann wünsche ich euch auch allen einen hervorragenden, sonnigen 2. Mai. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, kommentieren fleißig. Was sagt ihr dazu? Werden die Leute verblödet durch ARD und ZDF? Das würde mich mal interessieren. Und dann teilen und liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk